Ja, wir haben wieder die RRG am Start. Ist wahrscheinlich wieder dasselbe Video wie von allen anderen und das ist der Don diesmal. Wir haben jetzt Henry Mustich, der geile Vater und der Don. Kommt jetzt dasselbe scheiß Intro wieder? Okay, dann spüren wir mal vor. Ich hab auch den Jupiter Plantagen. Es ist in der Galaktik-Kaffee. Was hat nen langen Hals und nen Schal aufm Kopf? Eine Gaddafi-Raffe, hab ich dich aus dem Kornzip gerissen. Eine Gaddafi-Raffe, aha. Gaddafi-Raffe, hab ich dich aus dem Kornzip gerissen. Du dachtest, es ist Deutschrap, aber nein, es sind Donnerblitze. Der Don hat Gewitter befohlen und deine Mutter kommt grad wie ein zitterndes Fohlen, weil sie sich an früher erinnert. Deine Mutter kommt grad wie ein zitterndes Fohlen. What? Das war die Zeit, als die Musikmülltonnen leer waren. Dann kamen die mit Rappers deutsch. Der Don war echt enttäuscht. Was Gott schalt, es gibt nur einen Gott. Das ist der Don, Mann. Deine Stadt trifft meinen Gurt. Wenn der Rand rollt, ist der Don erst da. Was Wochenende, es ist Don erst da. Der Don hat... Ist der Don erst da. Was Wochenende, es ist Don erst da. Die Hoden richtig groß. Unbelievable. Rap ohne mich ist Nord. Der Rand passt nicht durch das Siegestor. 33 Jahre Deutschrap offensichtlich tot. Heule mit dem Don. Heule mit dem Don. Heule mit dem Don, Junge. Heule mit dem Don. Heule mit dem Don. Heule mit dem Don. Alter, Alter. What the fuck? What the fuck? Also, keine Ahnung. Hier war der Text besser, aber... Ähm... Finde ich jetzt nicht so cool, ehrlich gesagt. Der Beat ist richtig nervig, ey. Was ist denn los? Ja, fand ich nicht so gut. Nächste, bitte. Anzug. Bitte markiere meine Feinde, denn Dana kann zu schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit dir nix verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinde in den Arsch trete. Schick den Kommentar, denn das heilt und es spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungspro... Die